Frau Baerböck, wer ermächtigt Sie eigentlich, zu sagen, wir sind mit Russland im Krieg? Ob auf die Lieferung schwerer Waffen ein Atomkrieg folgen könnte, wisse man nicht, erklärt die Bundesaußenministerin. Ich glaube, niemand auf der Welt, außer Herr Putin selbst, kann zu 100% sagen, wenn wir den Schritt gehen, dann passiert am nächsten Tag dieses. Deswegen können wir auch nichts komplett ausschließen. Wir müssen auch mehr im Bereich der Panzer tun. Aber das Wichtigste ist, dass wir das gemeinsam tun. Und dass wir jetzt nicht uns gegenseitig Schuld zuweisen in Europa, weil wir einen Krieg gegen Russland führen und nicht gegeneinander. Scholz warnt vor einem Atomkrieg. Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem Dritten Weltkrieg führt. Es darf keinen Atomkrieg geben. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Scholz argumentiert indirekt, dass Deutschland lieber keine deutschen Kampfpanzer liefern solle, um nicht das Risiko eines Atomkriegs mit Russland zu erhöhen. Und deshalb möchte ich diesen Bürgerinnen und Bürgern hier und an dieser Stelle sagen, vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Wir haben keine Impfpflicht und wollen sie auch nicht einführen. Also erstens bin ich gegen eine Impfpflicht. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich für eine Impfpflicht bin und ich bleibe dabei. Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Die deutsche Bundesregierung liefert Angriffspanzer in die Ukraine. Wisst ihr, überall auf dieser Welt gibt es Krieg. Immer und immer wieder. Dass Menschen nicht in Frieden leben können, ist unerträglich. Dieser Krieg ist direkt in einer unmittelbaren Nähe von uns. Meine Einstellung zum Krieg ist, es gibt nur Verlierer. Auf beiden Seiten. Einen Krieg kann eigentlich niemand gewinnen. Es gibt immer Verlierer. Und wisst ihr, wenn zwei Menschen sich streiten und mit Fäusten aufeinander losgehen, dann ist es schon schlimm. Aber wenn man beiden dann auch nach Waffen hinschmeißt, dann werden sie diese Waffen benutzen. Und es wird tödlich enden. Unser Bundeskanzler sagt, es sind schwere Momente und wir sollen ihm vertrauen. Keiner, keiner, der noch bei Verstand ist, traut ihm. Bei so vielen Dingen, die sie gesagt haben oder die sie vergessen haben, kann man ihnen noch trauen. Sie sprechen für uns, nicht für mich. Sie entscheiden hier etwas und diese Bundesregierung entscheidet etwas, das eine ganz große Konsequenz haben kann. Ihr wisst nicht, was passiert. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß bloß, was ich höre, dass dort auch unter einem Atomwaffeneinsatz gedroht wird. Und da gibt es Diskussionen. Ach, das ist unwahrscheinlich. Das wird er nicht tun. Und was ist, wenn doch? Was ist, wenn doch? Ihr sitzt dann in euren Bunkern, während hier ein Atomkiek oder ein Angriffskiek tobt. Frau Baerböck, wer ermächtigt Sie eigentlich, zu sagen, wir sind mit Russland im Krieg? Sie können das für sich vielleicht sagen, aber Sie haben nicht das Recht für mich oder für viele andere zu sprechen. Was bilden Sie sich eigentlich ein, da den Maul aufzumachen und solche Worte von sich zu geben? Was bildet ihr euch überhaupt ein, für uns zu entscheiden, ohne uns zu fragen? Genau diese Entscheidungen sind es, die normalerweise die Bürger entscheiden müssen. Denn wir sind die, die die Opfer tragen. Nein, ihr entscheidet. Und deshalb ist für mich die Politik nur noch eine Farce. Die Bürger müssten mit Bürgerentscheidern entscheiden, was sie wollen. Und dann wären wir vielleicht nie in dieser Inflation, hätten wir einschneidenden Maßnahmen gehabt in der Pandemie. Und wir würden jetzt vielleicht nicht an diesem Abgrund stehen. Und wir stehen an einem Abgrund, egal wie ihr das ausmalt. Krieg ist das Schlimmste. Jetzt bekommt der Präsident von der Ukraine das, was er möchte. Aber er fordert doch schon mehr. Er fordert doch auch Landstreckenraketen und Flugzeuge. Kriegt er das auch? Damit könnte er dann direkt ins Land angreifen, sich nicht nur verteidigen. Seid ihr da denn auch dazu bereit und sagt, dass nichts passiert? Ihr sagt auch, dieser Mann Putin würde nichts tun. Der hat doch aber nichts mehr zu verlieren. Wenn Leute sogar von Kriegstribunal sprechen, der hat doch nichts zu verlieren. Mir macht das Angst. Und vielen Bürgern auch. Ihr entscheidet, ohne uns zu fragen. Fakt ist, das ist ein trauriger, ein beschämender Tag für unser Land. Vor allen Dingen für das, was wir nach dem Krieg versprochen, geschworen und für was wir eingestanden haben. Für Frieden. Nie wieder Waffen ins Ausland. Nie wieder Waffenlieferungen. Kein Krieg von deutschem Boden. All diese Dinge wurden gesagt. Eine grüne, olivgrüne Partei. Herr Hofreiter, Sie vor allen Dingen. Nie, was ihr leistet. Und jetzt schreien gerade Sie solche Dinge zusammen mit anderen. Es ist unfassbar, was ihr euch anmaßt und einbildet. Und ich kann nur immer wieder appellieren an alle, an alle. An einen Präsident Putin, an einen Präsident Zelensky. Setzt euch zusammen an einen Tisch und redet. Schafft Frieden. Krieg schafft nur Mord und Totschlag. Und es gibt keine Gewinner. Und für unsere Bundesregierung. Ihr habt so viel zerstört schon. Und jetzt geht ihr auch noch diesen Schritt. Sie werden in die Geschichte eingehen, Herr Scholz. Ob Sie darauf stolz sein können, ist eine andere Geschichte. Ich kann nur sagen, wir sollten uns alle besinnen. Und eine Sache müsst ihr euch klar sein, liebe Bundesregierung. Sollte hier irgendjemand doch wirklich dann in unserem Land durch irgendwelche Auswirkungen davon sterben, tragt ihr die Verantwortung. Sollt meine Kinder dadurch sterben und ich es überleben, dann ist nicht Herr Putin für mich der Feind in erster Linie. Sondern jetzt sind die, die die Entscheidung getroffen haben. Aber ich glaube, dass viele in unserem Land euch dann zur Rechenschaft ziehen wollen und werden. Mit Garantie. Aber wir sollen ihnen ja vertrauen, Herr Scholz. Naja, Vertrauen ist eine tolle Sache. Wenn die Menschen sich das Vertrauen verdient haben und auch bewiesen haben, dass man ihnen vertrauen kann. Das haben sie nicht. Das hat Frau Baerbeck nicht. Das hat die ganze Bundesregierung nicht. Aber ich hoffe und vielleicht sollten wir beten, dass wir alle zur Vernunft kommen und dass dieser Krieg aufhört. Und ich frage mich eigentlich immer nur eins. Wer gewinnt eigentlich bei der ganzen Nummer? Wer ist derjenige, der hier gewinnt? Wer schafft den meisten Profit dadurch? Wir sind es garantiert nicht. Denn was wir und viele andere durch diesen Krieg verlieren, das ist immens. Von der Menschlichkeit mal ganz abgesehen. Und deshalb für diesen Tag, für diesen traurigen Tag in unserem Land, was mal geschworen und versprochen hat, dass nie wieder solche Dinge passieren, kann ich nur eine Kerze anzünden. Eine Kerze für die Trauer und eine Kerze für die Hoffnung, dass der Krieg schnell, schnell, hoffentlich bald vorbei ist und dass keine Menschen mehr sterben. Und vielleicht könnten alle mal auf ihr Herz hören und nicht nur auf ihre Macht- und Geldgierinteressen. Es ist unerträglich, was Menschen sich auf dieser Welt antun. Egal woher. Es ist nur auch immer mehr erstaunlich, dass es woanders Kriege gibt, wo keiner drüber redet und keiner sich einsetzt. Aber hier machen wir das. Was für eine Doppelmoral von Menschen, die gar keine Moral haben. Ich wünsche uns allen, dass das hoffentlich nicht dazu kommt, dass noch mehr Menschen sterben und dass der Krieg zu uns in unser Land kommt. Er sollte nirgendwo auf dieser Welt sein. Nirgendwo!